Aber dann bin ich ja nicht weg. Okay, mein Titan-Schwerter-Schärfe 3. Dein Titan-Schwerter-Schärfe 3 was? Ich hab's gerade enchanted. Moin moin, meine lieben Kids! Los! Willkommen zu einer Beitrag von Minecraft Titan 2 zusammen mit dem Pumstoggy. Mit Pumstoggy, wir gehen auf den Server. Hallo! Ich bin drauf. Und ich glaube, uns heute niemand nachschauen. Wie auch, es ist eigentlich saumäßig unmöglich. Und ja, ich muss eigentlich die Fresse halten, weil meine Freundin lernen will. Also redest du und ich bin still, okay? Okay, also wir werden jetzt stripminein. Wir werden heute auf jeden Fall in der Folge einen Diaofen machen. Ja, und es ist auf jeden Fall niemand bei uns in der Nähe, weil unser Zeug ist leider nicht gewachsen. Also unser Gras, was wir da angebaut haben, unser Weed. Deswegen komme ich jetzt aber mal wieder dorthin. Warst du dort, wo ich das Titan Zeugs gefunden habe? Ja, ich war ganz in der Nähe von dir, glaube ich. Warst du ganz in der Nähe? Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier mal kurz noch durchstrippen ein soll. So hier in jede Ecke, so ein bisschen reinbauen. Ja, strippen noch so ein bisschen rein. Dann strippen wir noch so ein bisschen nach den Ohrs. Ja, wir müssen halt jetzt heute auch noch mal so ein bisschen farmen. Und ja, es tut mir leid, dass ich reden muss. Und ja, wir müssen halt diese Folge noch ein bisschen farmen. Nächste Folge dann wahrscheinlich auch noch. Und dann übernächste Folge hoffen wir, dass wir schon wieder ein bisschen equipped zusammen haben, damit wir wieder ein bisschen rumlaufen können und eventuell jemanden töten, den ich so ein bisschen im Sinn habe, ja? Morgen, also bei uns morgen. Echt? Könnte es der Fall sein, dass wir jemanden töten. Er hat mir noch gar nichts von seinem Geheimplan erzählt. Ja, habe ich noch gar nichts erzählt. Du weißt ja, dass in der Konfi, wurden ja Koordinaten werden morgen um 18 Uhr veröffentlicht von zwei verschiedenen Teams, die ja einen Regelverstoß gebracht haben. Und eins von den Teams sind erstens nicht ganz so die besten Spieler. Also es sind jetzt nicht so die Minecraft-Pvp-Youtuber. Und zweitens ist es halt einfach so, dass der eine von den beiden getötet wurde und daher kein Equip mehr hat. Das heißt, theoretisch, wenn die sich dann in unserer Nähe befinden, könnten wir die theoretisch dann attackieren, so. Ob das dann stattfindet oder nicht, weiß ich nicht. Aber es wäre eine Möglichkeit, so. Und ich dachte immer einfach, das sollte man nicht so außer Acht lassen. Und wie findest du das? Jetzt kannst du ja mal deine Meinung zu meiner Superdorfer an sagen. Ich finde das bei Thalia. Du findest das bei Thalia? Ja. Alles klar. Okay, ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo du bist, ne? Ich geh. Das war's. Was ist hier los? Das kann jetzt echt nicht sein. Ey, Digga, wir fliegen aus dem Projekt, aber sowas von. Das war's. Das ist, oh, 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 oh. Sinus und Kunga, oh shit. Ah, die snipen uns nicht, die finden uns auch gar nicht. Ja, ich hoffe nicht. Aber es nie passiert. Was ist jetzt gerade passiert? Was hat deine Freundin gerade bei dir gemacht? Ähm, sie hat nichts gemacht. Ich hab nur gesagt, ich baue hier rein und das Titan, baue rein und dort war Titan. Was ist das? Was ist das? Ja, sag mal deine Quartys. Ja, ich, ich, warte, ich hab deinen Namen gesehen. Ich hab acht Titan, oah. Holy shit. Ja, wer bräuchte mal einen Wassereimer? Alter, Vater. Acht. Dinger, es sind acht. Acht fucking Titan. Ist doch voll normal, Alter. Nein, nein. Oh, scheiße. Ich hab hier einfach noch daneben einen Livestream von Montana Black offen, der gerade abgegangen ist. Okay. Du hast noch einen Livestream offen von Montana Black, also schlau in der Aufnahme. Hi. Hi. Hallo. Hey, hinter dir. Oh. Okay, ich baue einen Wassereimer. Guck, dann kann ich das obsidieren. Ja, 13 Titan. Scheiße. Ja. Gedöns. Ja, also, das ist wow. Ja, ich hab einen Eimer, aber kein Wasser. Guck mal. Du willst einen Diaofen. Das heißt, wir brauchen Wasser. Und das müssen wir dann da auslegen. Das heißt, ich... Ja, gut, dann hol ich kurz Wasser. Ja, du holst Wasser und ich werd hier in der Zwischenzeit noch ein bisschen strippen. Okay. Okay. Ja, ähm. Ich weiß jetzt echt nicht, was das ist. Letzte Folge war das voll witzig. Diese Folge macht's mir echt nassig. Ich hab echt Schiss, dass die jetzt sagen, Digga, du fliegst aus dem Projekt. Weil... Keine Ahnung. Was ist das? Ich hatte keine Ahnung, dass da Titan ist. Sag aber irgendeine Scheiße und man findet Titan. What the fuck? So viel Glück hab ich nicht mal im Singleplayer. Vergiss it. Das ist einfach... Ja. Und ich hab das Wasser jetzt... Ja, okay, wir geben's zu. Er hackt. Weil, ähm, ja. Alles andere sonst ein bisschen weiter weg ist. So, äh, Annie Art und Killer PvP sind auch drauf. Hi, Killer. Das ist voll der lustige Witz. Ach, weißt du? Ich find das voll lustig. Hi, Annie. Also, ich find das jetzt voll cool. Hi, Annie. Wir sind nur der größte Killer. Ja, guck mal, wenn du so gemein bist. Ja, das war nichts gegen Annie. Killer-Ausrufzeichen. Attacke. Alles klar. Irgendwie macht mir das trotzdem Angst, dass so viele Leute auf dem Server sind, weil ich so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass wir mit nicht ganz so vielen Leuten, äh, in Kontakt kommen. Heute. Hm? So, dahinter ist jetzt Titan. Wieso klappt das bei mir nicht? Da hinten ist Titan. Verabredet. Keine Ahnung. Ach, 19 Uhr. Aber es ist 18.10 Uhr. Ey, das gibt's ja nicht. Bei mir ist da hinten nie Titan, Alter. Du hast echt Hacks. Ja, ich hab echt Hacks. Ja, auf jeden Fall. Ich hab dir hier Wasser hingelegt. Echt? Jetzt? Du kannst dir Obsidian abbauen. Da find ich jetzt grad ein bisschen delicious. Das ist auf jeden Fall nicht so schlecht, wenn du das jetzt machen würdest. Ich geh jetzt nochmal in diese Röhre hier, wo ich angefangen habe und das Titan so cool gefunden habe, weil wenn man so viel Glück hat, Freunde, muss man dieses Glück halt auch ausschöpfen, weil hier werden doch Dias drin sein in dieser Höhle. Das weiß ich jetzt auch schon. Das kann ich euch jetzt schon so sagen. Da kommen noch die Dias. Nee, aber ohne Witz. Ich weiß nicht, was los ist mit mir. Aber einmal ist das Ganze ja witzig und das kann Zufall sein. Aber zweimal macht's mir selber Angst. Bin ich vielleicht Gott? Nee. Nee. Okay, gut. Da ist nicht die Frage geklärt. Ich hab keine Angst mehr. Du bist nicht Gott. Du bist Killer Crafter. Ich bin Killer Crafter mit dem Killer Crafter. So, jetzt kommst du mal ganz, ganz flott hierher. Ganz, ganz flott soll ich herkommen. Nee, du brauchst gar nicht kommen. Du brauchst nicht kommen. Du kannst schon da bleiben, wo du bist jetzt. Wo ich bin. Ja, okay. Hast du denn genug Dias für den Diaogen? Das sollte ich haben. Ich guck nämlich gerade. Ich sollte... Ja, natürlich. Ich hab alles. Alles hab ich hier, was wir brauchen. Und zack. Ein Diamond Furnace. Mhm. Auch ein bisschen overpowered oder was. So. Dann bin ich natürlich jetzt gleich der Mann da für der... Äh, hier. Genau. So, zack, zack. Ach, dann bräuch ich ja noch ein Obsidian. Natürlich, natürlich. Äh, hast du selber auch Titan ein bisschen noch in meinem Schau dabei? Ich hab alles hab ich. Alles hast du für Titan gestellt? Ich hab ja noch einen Titan. Das heißt, wir... Wir machen das dann gleich mal. Ja, also ich mach mir jetzt wieder eine Titan-Jazzplate, würde ich so vorschlagen. Ja, du immer mit einer hässlichen Jazzplate. Ja, also ich... Ich möchte die nämlich wieder. Ich hab die schließlich verloren wegen deinem scheiß Call. Ja, jetzt bin ich wieder voll. Ja, klar. Erste Leute, ein Killer schiebt immer alles auf mich. Aber in Wirklichkeit hat er so zu mir gesagt, komm, lass fighten, lass fighten. Komm, Dauerclick, Dauerclick, Dauerclick. Oh, easy. Mein Titan. Oha, es ist meins. Oha! Ich dachte mir grad so, wo ist das jetzt hin? Alter Schwede. Hey, aber lass lieber vorher ein Schwert machen, oder? Ja, ich hab dir eins gemacht. Ja, ich hab... Es war nur ein Troll, ne? Nee, aber das find ich jetzt ein bisschen hässlich, das Schwert. Das sieht ein bisschen hässlich aus. So, zack. Ähm, ja, ich muss jetzt halt zwei... Ich brauch zwei Obsidien. Hast du mir zwei Obsidien, bitte? Ja, Moment. Bilde mal zwei Obsidien. Warte, wir machen das hier natürlich frisch, ja? Wie bei Vapiano, da wird auch immer alles frisch gemacht. Bei Vapiano? Was ist der Teufel, ist Vapiano? Ey, das ist ein Restaurant in Köln. Das ist ein Restaurant in Köln. Ja. Hey, das ist aber echt gut. Hm? Gibt's hier in Österreich auch? Thomas, du kommst auch von Österreich, schämst du mich jetzt nicht? Ja, hallo, bei uns gibt's nicht in Salzburg, also... Salzburg gibt's das nicht, ja, Pech. Ja, zwei Titans. Ja, oh, nice. Aber warte, wenn du das dann hier machst, dann haben wir ja wieder zwei. Das heißt, gehen sich zwei Titan-Teile aus? Ja, ne, 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 ich weiß nicht. Oder nur ne Prost. Also, ich mach jetzt die beiden und danach werde ich auf jeden Fall genug haben. Also, ich hab jetzt noch, äh, elf Titan-Crystals. Das wären, warte mal, acht und dann wären für noch jemanden Schuhe. Äh, Theorie... Ja, ja, natürlich, weil du bei einem bekommst du ja jetzt zwei raus. Und wenn du jetzt dann noch... Ja, ja, klar, klar, klar. Ja, jetzt könnte ich noch Schuhe machen. Aber die Schuhe weiß ich nicht, ob die sich lohnen. Lohnen die sich wirklich? Oder wollen wir die sparen für ne Hose oder beziehungsweise Chessplay? Ja, aber wenn wir jetzt eh so schnell wieder Titan finden, oder? Würdest du nicht sagen... Wenn wir wieder so schnell Titan finden, dann, äh, ja, ne? Aber wenn nicht... Also, ich weiß halt, also, die Frage, du musst selber entscheiden. Ich kann das dir sonst überlassen. Ich hab mir jetzt mal ein Titan-Schwert gemacht. So, das sieht schon mal schnieke aus. Und, ähm, mach jetzt einfach mal... Ich hab jetzt noch fünf Titan-Dingens quasi im Safe-Inventory. Ähm, und du musst das ein bisschen selber wissen. Essen wird nicht dupliziert, oder? Oder doch? Äh, du, ich weiß es grad gar nicht. Nein. Ich glaube nicht, nein. Schade. Ähm, machst du mal kurz nen Enchanter hin. Dann könnte ich wieder mein Titan-Schwert und meine Chessblendung so enchanter. Mh, ne, den tu ich jetzt nicht hin. Ne, das find ich jetzt aber scheiße von dir. Ne, also, das find ich jetzt auch nicht mehr witzig. Ich weiß nicht, warum du jetzt lachst da. Da hört bei mir der Spaß auf. Delicious find ich das. Einfach nur delicious. Das find ich cool. So. So, bekomm ich hier Looting 1 oder Schaden des 1. Das ist eklig. Ähm, ich brauch eh Obsidien. Hast du mir Obsidien, äh, Obsidien, äh, Lapis? Ich hab gar keinen Lapis. Also du hast keinen Lapis? Wir haben keinen Lapis. Warte, hab ich Lapis? Ich glaub ich hab keinen Lapis. Du solltest Lapis haben. Ne, ich glaub ich hab... Du solltest mal nach Lapis trip meinen. Das ist natürlich auch super. Gut, dann, äh, ich baue mich da hinten mal kurz rein. Dort wird dann Lapis sein. Äh, das heißt... Oh, Alter, wie sich das jetzt gemeint hat, Alter. Ich baue mich da hinten rein. Dort wird dann Lapis sein. Hex, Hex. Und da wird dann Lapis sein. Ja, aber mich freut's eigentlich, weil ich jetzt schon wieder gleich gutes Equip hatte, wie als ich gestorben bin. Das ist das coole an der ganzen Geschichte eigentlich. So, ich geh mal kurz hier hin und... Äh, mein Spielzeug ist kaputt. Ähm, hab ich Holz? Aber ich möchte es nicht verschwenden. Fuck it. Okay, Cube wird in 30 Sekunden gekiekt. Bye-bye Cube. Du Noob. Hat sich auch geräumt. Oh, jetzt kommen hier die Harten. Das ist gegenüber Cube. Schatz auf Feier, Alter. Alter Schwede Leute, ne? So, ähm, ja, ne? Cube, wenn du mich tötest, möchte ich dir sagen... Nö. Ne, möchte ich nicht sagen. Einfach nur nö. Ich hoffe, das ist okay für dich. Danke, tschüss. So. Ähm, ich weiß nicht mal, ob der meine Folgen... Oder ob der meinen Kanal überhaupt kennt. Also abgesehen davon, dass wir zusammen im Projekt sind. Ob er jemals überhaupt meine Stimme gehört hat. Denn vielleicht hat er diese höchst erotische Stimme nie gehört. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht, Mann. Ich weiß es nicht. Vielleicht aber auch schon. I don't know. Ne, aber ich fühl mich ernsthaft grad wieder so richtig wie der Boss. Weil ich aber wieder meine wunderschönen zwei Extraherzen und ein Titanschwert habe. Weil irgendwie hab ich so das Gefühl, so bam, Digga. Ich bin wieder da. Ich, 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 ich bin wieder da. Das ist das, was ich mir so denke. Ich bin wieder da. So... Jetzt musst du sagen, welcome back, Mann. Verstehst du das nicht? Welcome back. Ja, danke. Mein Choke is completed. Nur das Bier. Hm, was ist das? Den Taschenrechner. Den Taschenrechner. Hier, viel Spaß beim Lernen. Kannst du mal eben wieder den Taschenrechner rüber reichen. Danke. Sie ist aber nebendran am Lernen so richtig fleißig. Hier so ein bisschen um aufnehmen. Easy. Ja, wir bauen uns hier rein. Da ist kein Lapis. Da ist hier der Titan Lapis. Verdammnis. So lustig. So weißt du, Titan Lapis. Beides auf einem Fleck, ey. Wenn ich das finde, ja, dann möchte ich hiermit das Projekt verlassen. Wenn ich so an einer Stelle Titan und Lapis finde, dann nö. Dann bin ich raus. Dann gehe ich. Einfach nur alles von mir selbst. Tut mir dann noch leid, aber dann bin ich ja nicht weg. Okay, mein Titan Schwert hat Schärfe 3. Sein Titan Schwert hat Schärfe 3, was? Ich habe es gerade enchanted. Was denn du hast gerade enchanted? Ja, ich habe Lapis gefunden. Ja, natürlich. Ja, ich habe eins gefunden gerade. Alter, das freut mich jetzt ganz richtig. Hast du noch Lapis? Ja, jetzt habe ich wieder Lapis, ja. Kannst du mir mal geben, hier? Ja, komm doch her. Du musst schon kommen. Ich bin da. Hier. Du kannst die Hälfte haben. Undankbarer. Undankbarer. Nice. Warte, was kann ich machen? Looting. Sharpness 1. Ne, jetzt beide scheiße. Dann verzauber ich mal kurz hier das hier. Zack, du gehst mal weg. Scheiß Schwert. So, was kriege ich jetzt? Knockback 1. Looting 1. Ich dachte mir so, okay, ja, soll ich jetzt gehen oder was? Du schick. Es ist unglaublich. Komm, wir nehmen einfach jetzt hier, zack. Ne, das ist unglaublich, was du immer von dir gibst. Wahnsinn. Ohne Spaß, ne? Ich muss jetzt andere Schwerte verzaubern, damit ich neue Verzauberungen draufkriege. So, Sharpness 1. Das ist so nervig. Zack, was kriege ich jetzt hier? Sharpness 1? Oder? Ne, das lohnt sich auch nicht. Da wird wahrscheinlich auch nur Scheiße sein. So. Ich habe immer noch. Sieben Obsidian. Wow. Wie viele... Was ist das für eine Scheiße? Gib mir doch jetzt mal gutes Zeug. Ich bin doch nicht nur Sharpness. Ich könnte jetzt... Warte mal, dann mache ich aber jetzt einen Diaofen-Dings rein. Ähm... Ein bisschen Gold muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein, denn... Ich weiß gar nicht, haben wir Äpfel? Ich weiß nicht, ob wir Äpfel haben. Weil Goldäpfel wären schon... Ja, aber bitte! Bitte, oh Herr! Könntest du mir jetzt mal eine gute Verzauberung geben? Also es ist echt... Ich habe jetzt Glück gehabt bei meinen. Und jetzt werde ich unten Verbrennung haben. Oder sowas. Und jetzt auf einmal so Verbrennung. Knockback. Dann könnte man ja denken, du würdest das nachsynchronisieren und dann... Ich habe zu wenig Levels dafür. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier. Ich habe auch... Ich habe auch gerade zu wenig Levels. Aber... Ich muss jetzt gerade ein bisschen Redstone abbauen. Weißt du, was hast du? Drei Diamanten. Äh... Drei Diamanten... Ich habe fünf sogar. Warum? Ja, sollen wir uns noch eine Diaspitzhacke machen, oder nicht? Noch eine Diaspitzhacke finde ich ein bisschen verschwendet. Warum? Brauchst du die etwas so zu meinen, oder? Ja, weil meine ist schon kaputt. Was? Du hast die einfach verschwendet? Hä, natürlich habe ich die benutzt. Was glaubst du denn? Dann geht es ja viel schneller. Bist du dumm, oder so? Nein. Guck mal. Guck mal. Es sind nur drei Dias. Die haben wir locker easy ganz schnell wieder. Er hat einfach die Dias verschwendet. Ich glaube das jetzt gerade nicht, Digga. Aber guck mal, die habe ich seit der dritten Projekt-Folge. Das heißt... Ja, aber trotzdem. Richtig lange. Jetzt müssen wir wieder eine neue machen. Ja, das ist doch voll... Wenn man nicht gemusst. Wenn du die jetzt nicht verschwendet hättest. Das ist jetzt trotzdem nicht so geil. Okay, aber ich... Wetten... Ich wette mit dir. Wir finden diese Folge noch Dias. Wir finden diese Folge noch Dias. Ja, dann würde ich mal Lostrip malen. Weil ich weiß nicht... Ja, wie denn ohne Spitzhacke? Ich muss jetzt eine neue machen. Nein, ich werde... Wir werden in einer Minute gekickt. Ja, los, hol dir deine Dias. Let's go. Wir nehmen doch im Anschluss noch eine auf, habe ich mir gedacht. Du sagst zu mir so... Ja, okay. Im Anschluss nehmen wir noch eine Folge auf. Ja, wir nehmen im Anschluss noch eine Folge... Aber ich habe so Pech mehr im Chanten jetzt gerade. Ohne Spaß. This last try. Wenn das jetzt nichts wird... Hm? Wenn das jetzt nichts wird, dann werde ich aber Sharpness 1 auf meinen Titanschwert machen. Ne, ich mache doch kein Sharpness 1. Ich verzeihe aber mittlerweile scheiße Goldschwert. Ja, bei mir ist nämlich Sharpness 2 direkt auf Schwert. Das war halt echt gut. Ja, das brauche ich auch. So, aber egal. Wir nehmen im Anschluss noch eine auf, ne? Leck mich. Dann müssen wir jetzt nichts abbauen und so. Sag mir, dass wir jetzt im Anschluss noch eine aufnehmen. Scheiße. Ja, wir nehmen jetzt im Anschluss noch eine auf. Okay. Mich reg das jetzt aber gerade auf, dass ich so viel Pech habe. Oh, Killerlein. Mann. Sei doch nicht so. Ich habe nie Glück. Nie habe ich in diesem Spiel Glück. Einfach nie. Doch. Unglaublich. Nein. Das ist jetzt aber wirklich eine Lüge. Okay. Gut. Auf jeden Fall, der X-Ray ist natürlich wieder am Start diese Folge gewesen. Nächste Folge hoffentlich natürlich auch. Wir werden es sehen. Fact is, schaut jetzt auf jeden Fall noch beim lieben Thomas vorbei. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge. Nice. In der nächsten Folge wieder. Alright. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.